Hallo und herzlich Willkommen bei Plagued Inc. Das heutige Ziel ist es Bakterie zu lösen ohne irgendwelche Gene, abgesehen davon dass ich eh keine freigeschaltet habe, auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Klappuster hatten wir, Beere hatten wir letztes mal, weil ich einfach Bock drauf hatte. Heute nehmen wir, was nehmen wir denn? Lympho Rush Play. Ich werde hier großartig nichts, äh große Buchstaben nach vorne, ich werde hier nichts großartig vorlesen, ich möchte einfach erklären, wie ich zu dem, wie ich es schaffen werde, auf normal. Ziel ist es auf jeden Fall erstmal alles zu infizieren. So, erstmal Tempo erhöhen, alles zu infizieren und alles wieder rückzubilden an Symptomen und die erst dann entwickeln lassen, wenn die ganze Menschheit infiziert ist. Und als kleinen Tipp vorab, ich wie gesagt, ich benutze gerne Ägypten. Ägypten hat zwei Flughäfen, die direkt in verschiedene Regionen aus dem Virus, die Bakterie verbreiten können, genauso wie der Flughafen. Das ist der einzige Grund. So, Übertragungen. Ganz klar, Wasser als Wichtigstes. Damit wir so schnell wie möglich die ganzen kleinen Inseln abbekommen, wie zum Beispiel Grönland, Island, Madagaskar, Indonesien, Philipp, Philippinen und die Karibik zum Beispiel. Das sind so die Sachen, wo man wirklich nur sehr schwer dran kommt. Okay, Tempo erhöhen. Infiziert hunderte mittlerweile, das ist geil. So, nochmal ein Blick hier rein. Entwickeln wir nochmal Luft. Und Wasser geht wieder bei 17. Dann lassen wir es mal laufen. 3D-Entsafter-3D-Drucker. Okay. Egal. Hier, direkt nochmal Wasser entwickeln. So. Tausende mittlerweile infiziert. So. Die erste, das erste andere Land infiziert. Und wir breiten uns aus. Und da gehen auch die ersten Schiffe. Man kann sehen, das erste geht direkt nach Amerika rüber. Und das andere geht nach Südafrika. So. Weitere Menschen infiziert. Das ist geil. Und Großbritannien haben wir jetzt. Indien. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Und ins Inland verbreiten wir uns auch ganz schnell. So. Von Großbritannien aus geht es nämlich, glaube ich, nach Island rüber, wenn ich mich recht erinnere. So. So. Jetzt nochmal hier. Lufterreger. Übelkeitssymptomen. Direkt zurückbilden. Umso mehr Krankheiten wir haben, umso eher werden die Forscher oder die Mediziner darauf aufmerksam, dass da irgendwas im Argen ist. So. Und dann beobachten wir mal das Ganze. Guck mal da oben. Island gehört uns. Und von Island geht es dann auch weiter nach. Oh, jetzt muss ich mal pausieren hier. Das wäre ja ganz schön viel. Und weiter geht es. Ja, breitet sich doch rasant aus. Überlegen. Überlegen. Sollen wir nochmal hier. Schaden tut es nichts. Arzneimittelresistenz. Dann haben wir es später hier hin einfacher. Jetzt warten wir nochmal. Durch die Arzneimittelresistenz werden in reichen Ländern... Ja, ist die Bakterie hier gegen Arzneimittel halt. Nicht so resistent. Ansteckende als gewöhnliche Grippe. Das ist schon mal was Geiles. Klick, 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 klick. Mal reinschauen. Welche Länder fehlen denn noch? Ja, gar nicht mal so viele. Korea, Finnland, Polen, Grönland. Ja, Karibik haben wir auch schon erwischt. Ja. Grönland ist jetzt eigentlich noch relevant. Und wie ich sehe, hat Island kleine Probleme, die Bakterie weiter zu verbreiten. Deshalb werden wir jetzt einen Punkt auf Kälte entwickeln und einen auf bakterielle Widerstände. So, dann dürfte Island jetzt ein bisschen husten. Nein. Ihr sollt noch nicht husten. So, Leute. Island 42 noch immer. So, dann muss man wieder ein bisschen ausgeben hier. Deshalb, ich muss mal überlegen. Gehen wir hier mit? Ja, wir gehen damit. So. Die ultimative Übertragung mit Schiffen und Flugzeugen. Beziehungsweise Wasser und Luft. Okay, Kanada steigt jetzt wieder. Oder es steigt gerade sehr gut an. Ich mache mir immer noch Sorgen um Island. Wenn Island schon so hinterher hängt. Zysten bilden sich. Nein. Rückentwicklung. Deshalb geben wir nochmal Fähigkeitspunkte aus. Und zwar in der Übertragung gehen wir jetzt mal Richtung Vögel. Und noch ein Punkt hier oben. Temperaturtechnisch. Dann dürfte Island doch jetzt... Ja. Guck. Und Grönland haben wir erwischt. Damit dürfen wir doch jetzt jedes Land erwischt haben. Haben wir auch. Das heißt jetzt warten. Warten und klicken. Ah, ist das nicht schön rot hier alles. Schon wieder da husten. Schnell den Husten wieder zurückentwickeln. 100.000. Grönland wächst auch relativ schnell. Island. Ja, ich sollte es ja... Also das Spiel empfiehlt mir, es jetzt schon weiterzuentwickeln zum Töten. Aber man sieht ja hier... Genug Länder, bei denen... ...wir sagen können, nein. Noch nicht. Kanada. Zwei Millionen mittlerweile. Den Ausschlag. Nein. Auch wieder zurückentwickeln. Soweit sind wir noch nicht. Wir warten noch, bis die letzten... ...wirklich die letzten infiziert sind. Kann nicht mal allzu lange dauern. Sehr großer Vogelzug erwartet. Ja. So, normalerweise müsste dann eine Meldung kommen. Ja, Grönland fehlt noch. Hier sind alle. Kanada hat es auch gleich geschafft. Gesamtheil Menschheit wurde infiziert. Jetzt geht's los. Empfohlen wird, den linken Weg zu gehen. Schlafstörung. Die Paranoia. Anfälle. Der Wahnsinn. Die Entzündung. Die Lähmung. Und Koma. So, dann warten wir noch ein bisschen. Und holen wir uns danach vollständiges Organversagen. Jetzt schauen wir aber auch mal nach, ob wir hier schon irgendwas zurückentwickeln können. Denn das brauchen wir ja nicht mehr. Aber auch nur, solange wir dafür DNA-Punkte zurückbekommen. Perfekt. Und dann machen wir das ja vollständiges Organversagen. Und klick. So. Jetzt haben die es gerafft. Erster Todesfall im Iran. China schließt die Flughäfen. Bekämpfe die Heilung. Neuseeland startet Arbeit. Mehr Tote als durch die Pest. Ah, 180 Millionen Tote schon. Japan beginnt zu zerfallen. Mehr Tote als durch Pocken. Okay. Wir sind schon bei 15%, 16%. Aber hier. So schnell wie das hier gerade 25% fertiggestellt. Ja, ihr habt keine Chance. Balkanstaaten in Anarchie verfallen. Ihr habt keine Chance. Ja, und damit ist die Menschheit gleich ausgelöscht. Dauert nicht mal lange. Mein Gott, wir haben jetzt immer noch 101 DNA-Punkte übrig. Äh, DNS-Punkte, sorry. Machen wir ja 102 draus. Damit könnten wir jetzt noch Unsinn machen, aber die heben wir jetzt auf. Und das war es dann eigentlich auch schon. Leute, so schnell kann das gehen mit der Bakterie auf normal. 104. Komm, die 104 nehmen wir mit. Wo sind die letzten? Die letzten Tote brauchen wir noch. Ja, komm, also die letzten 2 Millionen, die ziehen sich jetzt aber gut hin, ne? 700.000. Mutationsmuster außergewöhnlich. Wird die Menschheit vernichten? Das wusste ich vorher auch schon. Denn ich hab's auch drauf angelegt. Ja, die anderen 2 Runden, die ich gespielt habe, waren ja nur so ein... Larifari. Na, 106 haben wir jetzt. Jetzt sind wir bei 108. Sieg. So funktioniert es. Okay. Gesamtwertung 11.560. Kann man machen. Läuft gut. Leute, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und das nächste Mal werden wir dann die Bakterie entweder auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad spielen. Oder, ähm, der Virus müsste als nächstes dann dran sein. Dann würden wir den Virus auf Normal spielen. Leute, und es freut mich, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten solltet. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017